Was macht denn Raab besser als Ralf Sieger Ihrer Meinung nach? Ach, ich bin ja, ich will jetzt nicht rumschleimen, aber ich bin ein großer Raab-Fan. Ich finde, dieser Mann ist grandios. Er ist ein ganz toller Musiker, er ist ein wunderbarer Geschäftsmann. Er hat eine Sendung, wo er seine Künstler präsentieren kann. Wenn er sagt, kauf die Platte von, was weiß ich, kann man sicher sein, dass die eine Woche später auch in den Charts ist. Er hat ganz große... Nicht kritisch. Also ich kann das eigentlich alles nur mit unterschreiben, was Mary sagt. Aber der Punkt ist für mich, dass er das, und zwar viel mehr als alle anderen deutschen Komponisten, Arrangeure oder Texter, die den Grand Prix mit bestritten haben, dass er das Prinzip Eurovisionen verstanden hat. Und zwar schon seit vielen Jahren. Er weiß genau, dass man mit dem Act, den man da hinschickt, nicht verwechselbar sein darf. Dass es auch auf so eine schlichte Performance ankommt. Und er hat es drauf, genau zu gucken. Also das heißt, er hat auch den Max Mutzke dahin geschickt. 2004 war er möglich geworden und hat dann auch erkannt, dass Max Mutzke offenbar dieses Charisma für eine große Halle nicht richtig hat. Und dann war Lena Meyer-Landruth dann seine andere Entdeckung. Und er hat dieses Fingerspitzengefühl für das Wettbewerbshafte. Und das muss man haben. Und ich glaube, das ist das, was ihn hauptsächlich von allen anderen mit in einem guten Sinne unterscheidet. Ich frage mich immer, wann schläft der Mann? Wann immer ich in irgendeinem Hotelbett liege, mache ich an. Da gibt es eine Wok-Welsmeisterschaft. Da springen sie, Turmspringen mit ganz vielen. Der ist grandios. Der Mann ist grandios. Offenbar gut strukturiert.